Guten Tag, hier ist wieder euer Omni. Wir gucken uns diesmal Age of Wonders 4 wieder an, denn das neue Add-on, neue DLC wird kommen und es wird Eldritch Realms sein, das wird also um die Tentakel-Monster gehen. Ganz klassisch HP Lovecraft-Universum angehaucht und wir haben hier einen Stream bekommen, wo die ersten Informationen drin sind. Da springen wir einfach mal durch die verschiedenen Sachen. Damit ihr die zwei Stunden nicht anschauen müsst, habe ich das halt getan, dann kann ich euch das hier einmal zusammenfassen. Es gibt jetzt noch zwei neue Formen, Insektoid und A Siren. Insekten sind mir ehrlich gesagt immer relativ wurscht, weil ihr wisst ja wie es ist, es gibt keine speziellen Fähigkeiten für die Völker, also könnt ihr nochmal sehen, wir haben jetzt Insekten halt und so, ich sag mal so gräuliche Wesen. Und wir haben dann noch neue Traits, hier ist das Ceaseless Cacophony, oh Gott, schweres Wort. Also auf jeden Fall heißt es, wenn benachbarte Einheiten angreifen, haben sie eine höhere Chance, einen Fehlschlag zu leisten. Außer dann gibt es noch wieder Empowered by Magic, wie man hier unten sehen kann. Da ist es so, wenn ihr von magischen Angriffen angegriffen werdet, dann kriegt ihr Verstärkung. Ja, ist ganz nett, nicht so wichtig. Eins, was hier nicht gezeigt wurde, ist noch ein Mount, also noch ein Reittier. Das wäre ein Käfer, der auch besondere Fähigkeiten haben wird. Wie gesagt, nicht gezeigt, denkt mal wie immer, HP dazu und irgendwie eine Fähigkeit vielleicht, dass sowas wie diese Cacophonie dann eben da als Fähigkeit dran ist. Okay, und wichtig ist aber das hier, nämlich die Überarbeitung von Mystisch, von Reaver. Wir haben erstmal keine neue Kultur, finde ich sehr schade, aber ist halt jetzt erstmal so. Wir haben aber eine Überarbeitung von Mystisch. Mystisch hat jetzt, ähnlich wie die Primal Kultur, tatsächlich mehrere Facetten, Schulen, wie sie hier genannt sind. Dann gibt es einmal Attunement, das ist die Standardschule, sage ich einfach mal. Da habt ihr das, was ihr immer habtet, außer dass Starblade jetzt ein bisschen verändert wurde. Wenn ihr nämlich eine Ordnungszauber oder einen Chaoszauber oder Astralzauber wirkt, kriegt ihr jeweils den Schaden, der dieser Schule entspricht. Habt also nicht mehr dieses zufälligen Schadenszauber oder Schadensgeschännel. So könnt ihr natürlich immer eure Strategien verfolgen, wenn ihr sagt, ich mache zum Beispiel Feuerschwäche drauf, dass ihr dann auch wirklich davon profitieren könnt. Das wäre das, ist sonst relativ gleich. Ihr habt die Echos nochmal einzusammeln und das würde euch eben wie immer den Vorteil bringen. Wobei die Vorteile auch ein bisschen geändert worden sind. Das sehen wir zum Beispiel hier, dieses Echo-Casting. Da könnt ihr dann durch eben diese astralen Echos dann statt den Casting-Points diese astralen Echos benutzen. Und dann wirkt er irgendwie stärker und wird dann halt mehr Fähigkeiten haben. Genauer haben wir das nicht. Die spielen auch nachher Summoning, deswegen kann ich da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Aber ist schon mal interessant. Ist ein bisschen überarbeitet worden. Dann gibt es die zweite Schule, Potential, die wohl komplizierteste. Erstmal hat Potential folgendes nicht mehr dabei. Und diese Echos, die ich gerade erwähnt habe, die gibt es nicht mehr. Potential ist dann so, dass es erstmal auch Schatten und Astral als Affinität gibt, was schon mal sehr cool ist. Dann habt ihr nicht einfach mal zwei mystische Astral-Affinitäten, sondern einmal Schatten und einmal eben Astral. Und jedes Mal, wenn ihr irgendeinen Schadenzauber oder irgendeinen Zauber, also im Kampf, zaubert, kriegt ihr Overcharged. Beim ersten Mal, wenn ihr zaubert. Das heißt, wenn ihr verschiedene, viele verschiedene Zauber habt, ist es gut, die verschiedenen Zauber auch zu zaubern. Weil die dann jeweils diesen Bonus-Effekt beim ersten Mal kriegen. Das ist dieses Overcharged, was wir hier jetzt sehen können. Das ist auch ganz cool. Und dann gibt es da etwas, was etwas komplizierter ist, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, weil wir es auch nicht so ganz gut erklärt haben. Aber wir haben diese Arcane Inspiration. Ich fasse das einfach mal so zusammen, das muss man sich einfach angucken. Dass wenn ihr die Zauber zaubert, kriegt ihr immer Inspiration dazu. Und bei einem gewissen Punkt habt ihr dann so viel Inspiration, dass ihr diesen Zauber wegsperren könnt, also nicht mehr benutzen könnt. Und dadurch eben irgendwelche Vorteile kriegt, ich glaube auch ökonomischer Natur, soweit ich das verstanden habe. Und das ist natürlich ganz nett. Und ihr seht halt, die Dissonanz, die Kultureinheiten verursachen, ist also auch neu. Das heißt, wir haben hier eine ganz neue Herangehensweise dazu. Das dritte Summoning ist relativ straightforward, während Potenzial noch relativ neu ist. Ist das natürlich einfach so, ja, ihr sollt halt alles auf magische Einheiten setzen. Finde ich aber trotzdem ganz cool, wenn man dann wirklich da noch mehr drauf gehen kann. Da gibt es auch ein paar Änderungen, wozu wir im Spiel dann nochmal kommen. Die kriegen dann astrale Resonanz. Ich glaube, damit haben die HP dazu. Und ja, sind ein bisschen stärker halt allgemein. Ich kann mal gucken, ob ich das noch finde. Hier kann man es nochmal sehen. Also ihr kriegt die Stärkung und Hitpoints dazu, wenn irgendjemand ein freundliches, ein Zauber wirkt. Das geht halt nur für magische Einheiten, aber hat man ja schon sehr viele, gerade man beschwört sowieso. Und auch die werden Echo sammeln. Wie gesagt, Potenzial nicht, nicht mehr. Und die werden dann Echo Infusions nutzen. Das ist, das können wir gleich auch mal sehen, wenn ich daran denke, zu zeigen. Einfach so ein kleines Menü unten, wenn ihr eure Einheiten anklickt, die magischen Ursprungs sind. Dann könnt ihr den Level geben tatsächlich. Also die sozusagen als Ressource nutzen, den Level dazu zu geben. Und Connection, Astral Connection ist einfach, dass mehr Moral da ist, wenn ihr mit magischen Einheiten spielt. Ist jetzt nicht überragend, aber es ist halt cool, dass man da nochmal neue Sachen zu kriegt. Wichtiger ist auch noch, oder auch wichtig ist, noch ein Upgrade zu den Revern. Und zwar, Revern steht hier erstmal nicht so viel. Eure Nahkämpfer markieren jetzt die Targets. Also relativ simpel wieder gelöst, dass die Nahkämpfer einfach draufhauen und dann kriegen die markiert. Das ist ja das, wofür man diese Focus Aggression gebraucht, um mehr Schaden zu machen. Und die Fernkämpfer können davon halt profitieren. Das ist also ein bisschen geändert worden, dass es nicht mehr so umständlich ist, markiert zu bekommen. Wobei ich es trotzdem noch immer jetzt keine geniale Mechanik finde. Aber gut, so ist es so. Wichtiger ist, dass die Musketenschützen, die wir hier sehen, also Mage-Logs, tatsächlich jetzt nicht mehr einen Dreifach-Aktionsschuss haben. Das war ja immer meine Kritik. Die sind halt absolut ausmanövrierbar, sehr schwach dadurch. Die können natürlich bei richtigen Kämpfen super reinhauen, aber manche Kämpfe sind die halt einfach nicht nützlich. Und die haben es jetzt so geändert, dass sie einen Ein-Aktionsschuss haben, der sehr ungenau ist. Und man hat auch eine Fähigkeit dazu gefügt, dass sie eben für eine Aktion und die lässt einen Aktionspunkt übrig, das kennt ihr ja mit diesen schraffierten Linien, dann die Genauigkeit erhöhen kann. Dass man also in einem Runde, wenn man sich nicht bewegt, schießen kann und die Genauigkeit vorher erhöhen kann. Und wenn man halt nicht das schafft, also sich bewegen muss zum Beispiel aus der Reichweite von irgendwelchen Gegnern oder so, dann hat man einen ungenauen Schuss. Das kann man ja zum Beispiel mit den Helden oder so kontern, dass man eben bessere Genauigkeit hat. Eine ganz coole Sache. Und Dark ist auch noch verändert worden. Gehen wir mal hier hin, da ist es. Ja, zum Glück ist es so, dass Dark-Kultur, die Dunkle-Kultur jetzt auch genau das Umgekehrte eigentlich hat. Hier verursachen die Ranged-Einheiten und die magischen Einheiten jetzt Schwäche und die Nahkampf-Einheiten profitieren davon. Ja, finde ich nett. Hält man halt vielleicht, wenn man es schon balanciert, vielleicht noch mal ein bisschen was cooler machen können, aber ist okay. Hier, wie gesagt, Fernkampf-Einheiten verursachen es, Nahkampf-Einheiten kapitalisieren davon und beim Reaver genau umgekehrt. Ja, die Nahkampf-Einheiten verursachen, markiert, also dem Debuff, den ich brauche. Und Fernkampf-Einheiten profitieren davon. Ihr merkt, warum es nicht so spannend ist. Ich meine, wenn zwei Kulturen sich da eigentlich fast gleich spielen, ja, natürlich Ranged- und Melletauschen. Trotzdem ist es relativ, ja, gradlinig, sag ich mal. Und das war es eigentlich schon mit den Kulturen, das war die Änderung dabei. Dann haben wir Society-Trades, die sind hier unten zu finden bei Schatten. Da gehen die leider mit ihrem, sind die ein bisschen mit ihrem Gesicht drin, ist aber nicht so schlimm. Keepers of Knowledge ist eine neue Schattenfähigkeit. Da kriegt ihr jedes Mal, wenn ihr forscht, zehn Verbündungsstärken mit freien Städten und auch, tatsächlich steht hier nicht mal, weil die das irgendwie nicht überarbeitet hatten komplett, auch mit den anderen Reichen. Und wenn ihr mit den anderen Reichen eine offene Grenze habt, kriegt ihr auch mehr Forschung pro Runde. Das ist also eine positive, gute Fähigkeit. Ist natürlich auf hoher Schwierigkeitsstufe, wie ich das meistens spiele, kaum anwendbar, weil offene Grenzen ist eine Seltenheit. Aber es kann natürlich passieren, manchmal hat man ja Glück und man kriegt richtige Affinitäten. Dann kriegt man halt so einen kleinen Wissenschaftsboost. Ob ich das jetzt unbedingt dann nehmen würde gegenüber den krassen Fähigkeiten, die es hier gibt, weiß ich nicht. Und dann gibt es noch eine zweite Fähigkeit, da sagen sie aber nicht viel zu. Und zwar Umbre Disciples, so heißt es, glaube ich. Schwierig immer. Da hoffe ich, da sagen sie nicht viel zu, aber man sieht, man kann dann ein Altar bauen. Man hat halt irgendwie so eine Retinue, also eine Gefolgschaft. Und man hat Umbre Flash. Es gibt ja diese neue Ebene. Und ich hoffe irgendwie, dass man hier dann diese Umbral-Dämonen halt bauen kann. Und sich vielleicht sogar in das Gebiet unten, in diese böse Schattenregion, ausbreiten kann mit dieser Fähigkeit. Die sagen hierzu aber nichts. Aber ich denke, dass das sehr cool sein wird. Das wird man auf jeden Fall mal spielen. Ich werde das wahrscheinlich dann auf Twitch streamen, einfach für mich selber. Wenn jemand zuguckt, dann quatsche ich auch. Lad's dann nachher hoch. Also das kann ich dann automatisch machen. Wenn ich nicht arbeite, könnt ihr ja gerade mal einfach bei schauen. Dann habt es auch Sinn, das hochzuladen. Und dann können wir einfach mal drüber quatschen. Können wir uns das zusammen mal anschauen. Wäre am 18.06. der Release. Von daher sollte das doch irgendwie funktionieren. Wenn ich nicht gerade wieder irgendwie arbeitstechnisch eingebunden bin. Bock habe ich auf jeden Fall. Und gerade eben das hier wirkt so, weil sie es auch so teasen. Ich hoffe, die übertreiben da jetzt nicht bei. Dass man hier tatsächlich so ein bisschen von diesen Einheiten bauen kann. Ein bisschen in diese böse, dunkle HP Lovecraft-Geschichte eindringen kann. Fände ich gut. Das sind die beiden Neuen. Beide halt in Dunkel, also Schatten-Affinität. Finde ich ganz sinnvoll. Waren zu wenig da. Ich habe mir trotzdem hier noch etwas Krassers gewünscht. Oder eine Überarbeitung von den anderen. Aber es gibt wohl auch viele Balance-Changes. Da haben sie noch nicht so viel zu gesagt. Dann sehen wir Tomes. Es gibt insgesamt drei neue Tomes. Die sagen so dreieinhalb. Weil die Astralen sich irgendwie die Tomes nicht mehr eins zu eins teilen. Sondern halt so ein paar Verschiedenheiten haben. Die aber jetzt nicht in meinen Augen so wichtig sind. Aber hier haben wir Tom of the Tentacle. Da sieht man zum Beispiel, man kann so Zentakel herbeirufen. Die wirklich ordentlich zuhauen. Nicht wie die bei dem Naturbuch. Wo man halt die nur beschwört, um den Weg zu versperren. Obwohl die auch sehr stark sind. Sondern hier die haut wirklich zu mit ordentlich Schaden. Dann haben wir eine Sperrkämpfer-Einheit. Also Polearm-Einheit. Die auch heranziehen kann. Was ich sehr cool finde. Und die kann halt immobilisieren. Dieses Constricted ist ja hier generell auch im Constricting-Focus drin. Da werden wahrscheinlich eine Verzauberungen sein. Die eben ermöglicht, dass ich Einheiten irgendwie immobilisiere. Dann haben wir so einen Tendral-Labyrinth. Da wollen sie irgendwie nicht drauf gehen. Da haben wir es gerade gesehen. Das waren die Magie-Einheiten. Also die Kampf-Magier und die Support-Einheiten. Die Verzauberungen kriegen. Und hier ist halt noch ein neues Gebäude. Auch da gehen die jetzt nicht drauf. Das wollen sie noch nicht ganz so zeigen anscheinend. Wichtig ist halt vielleicht einfach Schatten und Astral. Und eine Polearm-Einheit ist ganz cool. Da kommen wir gleich noch zu. Da gibt es noch eine Änderung. Die ich ein bisschen nervig finde. Aber das wäre so das erste Buch. Wie gesagt, drei insgesamt. Es gibt einen auf T3. Kommen wir gleich noch zu. Den Rest wissen wir noch nicht. Und jetzt kommt das große Neue. Wir haben einen neuen Heldentypen. Und dieser Heldentyp ist Elrish Sovereign. Jetzt versuche ich da mal zu übersetzen. Das große Böse. Kann man es eigentlich sagen. Also wie bei HP Lovecraft. Also irgendwie so eine Dunkelherrscher. Sag ich jetzt einfach mal. Der kann so Dina benutzen. Also Frals. Diese Frals benutzt er, um dann Ritualzauber zu zaubern. Was ich sehr cool finde. Die Klasse selber kommt also mit so einem Bündel an Zaubern. Die sie auch über den Skilltree freischalten kann. Und die kann ich halt mit den Frals nutzen. Dann muss ich die opfern. Und dann kann ich zum Beispiel meine Armee beschleunigen. Die gegnerische Armee verletzen und sowas. Finde ich ganz cool. Und man kann halt auch aus der eigenen Bevölkerung Frals rausholen. Indem man die halt, ja, tötet. Ist ja klar. Hat fünf Mana Upkeep. Finde ich okay. Kann keine Beine und keine Mounts tragen. Sag ich jetzt einfach mal. Nutzen. So muss man es formulieren. Und ja, die haben halt Signature Skills. Kommen auch gleich dazu. Das sind so drei Heldenklassen. Sag ich auch nicht ganz so viel zu. Muss man einfach mal gucken, wie die sich ausspielen. Aber es gibt halt drei verschiedene Heldenklassen, die wohl auch aufeinander aufbauen. Also immer stärker werden. Statt dass man sagt, wie bei den Drachen. Ich wähle jetzt erstmal diese Ordnungsaffinität. Dann nehme ich die Chaosaffinität und sowas. Sondern dass sie da aufeinander aufbauen. Also so ein bisschen mehr ein Klassensystem haben. Hört sich sehr cool an. Kommen wir aber ja gleich noch ein bisschen was genauer zu. Wie die aussehen, können wir hier auch einmal sehen. Die gestalten jetzt hier mal verschiedene. Ihr seht ganz cool aus. Sehr gut gemacht. Generell, Animationen sind natürlich wieder super. Braucht nicht drüber zu reden. Das ist immer, also das ist nicht das Problem, nie das Problem gewesen. Auch bei den Elternspielen. Und ihr könnt hier, wie ihr seht da oben, das ist so ein schwirrendes Relikt. Das ist jetzt einfach ein Gehirn. Aber das gibt an, was habt ihr jetzt gerade für eine Bewaffnung dabei. Und die Bewaffnungen sind natürlich wieder klassisch wie immer. Ich kann mal gucken, ob ich finde hier, dass ihr zum Beispiel Giftschaden macht. Feuerschaden macht. Und so weiter und so fort. Da haben wir doch eins. Ne, ne, ich kriege es nicht gebacken. Aber es ist auch nicht so groß. Ja, hier kann man es einmal sehen. Zum Beispiel hier hat jetzt physikalischen Schaden. Das ist Off-Mind. Und dann kommt ihr Delirium vor. Ihr kennt das ja. Man nimmt halt ein Set. Dann habt ihr Feuerschaden, Giftschaden. Dann hier physischen Schaden und jeweils immer ein Debuff. Und hier wäre es halt Insanity, was sehr cool ist als Fähigkeit dazu. Bei der anderen, ich glaube, die nehmen irgendwie Kosmos oder so. Da kriegt ihr halt einen krassen Damage-Spell. Also das ist schon cool. Man hat da eine gute Spezialisierung. Noch ein bisschen mehr als bei anderen Sachen. Drachen, glaube ich, war es ja ähnlich. Aber da war es auch hauptsächlich im Channel, was man hat. Hier ist es halt so, dass sie wirklich eine krasse Fähigkeit dazu bekommen. Und dann teilweise halt Divas verursachen und andere Schadenstypen verursachen. Also das ist ganz cool gemacht hier, dass man wirklich mit dem Helden dann schon ein bisschen was an einer Strategie fahren kann. Natürlich immer noch Kultur, hätte ich mir mehr gewünscht. Aber gut, ist halt so. Können wir uns ja dann mal anschauen, welches es da gibt. Und wir wollen jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Dann gehen sie ganz viel weiter. Das Design natürlich. Dann gehen wir noch ganz kurz auf das Mount, was wir hier finden können. Wir haben auch einen Käfer. Habe ich ja eben erwähnt. Ihr habt das einmal gesehen. Ja, sieht ganz nett aus. Was der kann, werden wir dann sehen. Wir wollen aber nicht zu viel Zeit da verschwenden, weil wir haben ja noch viel vor uns. Ich gucke mal gerade auf meinen schlauen Zettel. Und zwar haben wir aber seit 39 circa. Ach ja, genau. Jetzt geht es los. Die neuen Zauber. Das haben wir hier eben schon mal ein bisschen erklärt. Und jetzt kommt aber eine Sache, die mich ein bisschen, ja, ein bisschen schlutzig macht. Die haben nämlich folgendermaßen, sind die vorgegangen bei einer Balance-Sache. Dieser Konstrikte zum Beispiel ist ja was, was ihr aus dem Buch forscht. Genauso wie euer Summoner und sonst irgendwas. Und die haben das wohl so verändert. Das hat dann alles mit dem DLC zu tun, sondern mit dem Patch. Diese Änderung der strahlen, mystischen Kultur ist übrigens auch aus dem Patch. Und zwar seht ihr hier Recruitable in Cities with Town Hall 2. Das heißt, ihr könnt diese Einheit jetzt nicht mehr einfach so direkt, nachdem ihr sie geforscht habt, bauen. Das heißt, Vorsicht, forscht ihr am Anfang nicht mehr, bis ihr wirklich T2 in eurer Stadt habt. Denn sonst könnt ihr die gar nicht bauen. Finde ich ein bisschen schade, weil es eben in meinen Augen, gerade auf hoher Schwierigkeitsstufe, einen großen Vorteil gegeben hat, starke Einheiten zu erforschen, direkt zu bauen und auszunutzen. Die haben ja trotzdem einige Runden gedauert, aber haben sie da weggemacht. Ihr müsst jetzt immer euer zweites Hauptgebäude gebaut haben. Und schlimmer wird das in meinen Augen sogar noch, wenn man über die Summons geredet, also die sich einfach direkt rein beschwören. Dafür muss ich den Wizard Tower gebaut haben. Das heißt, ich brauche T2 und baue dann den Wizard Tower und dann erst kann ich T2 Einheiten beschwören, was ich schon ziemlich krass finde. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Ich finde es, ich kann es irgendwo, ja, irgendwo kann ich es auch verstehen, Balance-Sache, aber gerade auf hoher Schwierigkeitsstufe sind halt solche Einheiten aus den Büchern, das starke, wodurch am Anfang dann doch ganz gut mit diesen krassen Armeen klarkommen kann. Und das haben sie damit natürlich genug. Kriegt man aber hin? Man muss halt mehr dann auf diese Hauptgebäude spielen. Ist klar, nur dass ihr da wisst, warum kann ich die jetzt nicht mehr bauen. Ja, jetzt wisst ihr warum. Weil sie das verändert haben. Dann haben wir, die Ranks sind wesentlich stärker geworden. Dann gehen wir mal auf 50 so circa. Und zwar auf den kleinen Wisp hier. Da sehen wir es hier. Die wollten halt T1 und T2 Einheiten ein bisschen stärker machen. Gerade auch Kultureinheiten sollen das sein. Das ist jetzt keine Kultureinheit, aber nur um es einmal gezeigt zu haben. Ihr seht, die Ranks sind deutlich stärker geworden. Viel mehr HP, also im Laufe dieses Upgradings kriegt ihr 50 HP dazu. Wer also bei 105 HP war schon ziemlich krass, ist ohne jeglichen Verzauberungs-Buff oder sonst was. Ist schon extrem. Und ihr seht, insgesamt kriegt ihr auch nochmal zwei Verteidigungen, zwei Resistenz dazu und 20% Schaden. Und die Fähigkeit bei Champion, wie immer, heißt deutlich, deutlich stärker. Gerade dieses nette Viech hier. Astral Wisp kann ja mit seinem fiesen Channel von drei verschiedenen Schadenstypen extrem viel Schaden machen. Wenn ihr da nochmal 20% draufrechnet, das Viech hat 105 HP. Ja, dann gute Nacht. Also gerade auch als gegnerische, neutrale Stacks kann das richtig ekelhaft sein, wenn ihr noch irgendwie so Sachen freiräumen wollt oder sowas. Haben sie auf jeden Fall geändert, um die eben etwas beefier zu machen. Dann können wir dazu noch sagen, die Evolution ist auch verändert worden. Normalerweise war Evolution ja bei Champion. Jetzt müsst ihr auf Legend kommen. Das heißt, es wird ein bisschen schwerer, eure Einheiten zu entwickeln. Da solltet ihr auch dran denken, dass ihr da auf Legende gehen müsst und nicht mehr auf Champion. So wie ich das zum Beispiel mit meinem Playthrough. Könnt ihr euch mal anschauen. Das sind zwei Parts. Da habe ich mal gezeigt, wie man halt einfach Drachen-Stacks aus dem Nichts heraus zaubern kann, was ziemlich cool ist. Und das könnt ihr dann auch immer machen. In meinen Augen ist es halt nur ein bisschen schwerer, weil ihr zu Legende kommen müsst. Und dann haben wir die Fähigkeiten des Heldens. Da haben wir bei Stunde 4 irgendwo was. Da zeigen die nochmal ein bisschen genauer hier die Fähigkeiten. Das ist das, was ich eben meinte. Gehen wir einfach mal hier auf Phantasmal Ritual. Da könnt ihr hier zum Beispiel Frials ausgeben, die ihr oben auch im Bildschirm sehen könnt. Diese Frials müsst ihr generieren. Und ihr braucht auch Weltkarten-Zauberpunkte. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier die gegnerische Armee um 20% beschädigen. Und eure magischen Angriffe kriegen um 10% mehr Schaden in diesem Kampf. Was ich ziemlich, oder generell, seine haben die generell. Also er kriegt mehr Schaden und er kriegt halt diese Fähigkeit. So muss man es formulieren. Und 20% der HP runternehmen und Statusresistenz runtersetzen. Finde ich ganz cool, dass man halt sowas hat. Genauso wie das Quickening-Ritual ist ein ähnlicher Punkt dabei. Ihr seht das hier. Da könnt ihr sehen, 20% Evasion kriegen die halt generell dazu. Gegen physische und magische Angriffe. Also der Held kriegt das. Und er kriegt halt dieses Ritual, wodurch man halt die Einheiten very fast machen kann. Auf der Weltkarte zwei Runden lang. Was sehr mächtig sein kann, wenn man schnell sich über die Karte bewegen kann. Ist natürlich immer ein Riesenvorteil. Und im Kampf haben sie es ja auch. Sind ja dadurch auch nochmal viel schneller. Sehr cool. Würde ich auf jeden Fall sehr interessant sehen. Es gibt noch mehr von diesen Zaubern, aber es reicht einfach als Eindruck. Ihr kriegt halt mehr. Dieses Ritual heißt immer, da könnt ihr irgendwas mit eurem Thrales bauen. Ihr seht schon 1, 2, 3, 4 haben wir davon. Das ist schon mal eine coole Sache, dass man da mehr auf der Weltkarte auch machen kann. Und nicht nur als Held an sich. Das finde ich schon mal sehr gut. Und dann gehen wir auf 1, 18. Sind bald beim, keine Sorge, beim neuen Layer. Aber erstmal gehen wir nochmal auf 1, 18. Und zwar die Veränderungen generell. Es gibt wohl sehr viele Veränderungen, meinen sie, wenn es um die Tomes geht. Ich habe jetzt einfach mal die Beispiele hier genommen. Tom of Rock zum Beispiel hat jetzt Obsidian Weapons dabei. Das heißt, es ist eine Verzauberung, die alle außer eurem Kampfmagier und eure Support einhalten. So buff, dass sie Blutung verursachen können mit so und so viel Prozent. Sehr cool. Weil ich fand auch Tom of Rock durch die Veränderungen, die sie ja mal hatten, glaube ich, nicht mehr so cool. Aber mit so einem Obsidian Weapons dabei hat man eine coole Verzauberung. Da lohnt sich das auch mal darauf zu gehen. Und Rock Blast ist halt so, dass es auch den Verteidigungsmodus aufhebt. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber ihr merkt halt, die haben was verändert. Denn neue Zauber hinzuzufügen ist ja jetzt nicht irgendeine Kleinigkeit. Da sehen wir zum Beispiel ein anderes Beispiel noch. Tom of Devastation, da waren früher mal die Hunde. Diese Hunde konnten wir als Belagungsprojekt machen. Die sind jetzt raus, die geben wir nicht mehr. Dafür gibt es Monstrous Rebirth. Da könnt ihr eine Einheit 1, 2 oder 3, also T1, 2 oder 3, in eine Warbreed, also in die, wie heißt das Ding nochmal auf Deutsch? Kriegsbrut, genau, verwandeln. Heilt dann um 60 HP und stirbt wohl dabei auf jeden Fall am Ende des Kampfes. Das ist natürlich sehr cool, wenn ihr so eine richtig Kackeinheit habt. Richtig gemein eigentlich sogar. So eine richtig Kackeinheit habt, die stirbt sowieso jetzt. Ihr merkt, okay, die hat keine Chance mehr zu leben. Haut das drauf und das verwandelt sich dann einfach in so ein Kriegsbrut mit 60 HP. Also eine Heilung eigentlich um 60 HP und wirkt halt zu einer krasseren Einheit. Finde ich eigentlich einen sehr coolen Zauber. Und solche Änderungen können wir schon mal sagen, gibt es wohl durchweg. Die haben sehr viele Änderungen wohl eingefügt. Die können wir vielleicht nochmal beim Patch Notes uns anschauen. Ob ich da jetzt genau drauf eingehen will oder einfach mal durchzocken und angucken bei Twitch, weiß ich es noch nicht, weil müssen wir mal sehen. Und wir sehen hier links, Turm of the Cleansing Fire, oder Flame. Das ist C3, ein neues Buch. Ihr seht, das hat irgendwie, so ein Touch wirkt zumindest so, als wenn das das Geekpondor zu den Tentakeln ist. Also eher das, wir reinigen jetzt das Böse. Kann aber auch natürlich bedeuten, dass Cleansing Flame hier bedeutet, wir sind das Böse und wir müssen die Welt halt in den Tentakel versinken lassen. So in der Art. Das muss dann auch festgestellt werden. Die gehen da nicht drauf, zeigen das nicht, nur dass ihr schon mal wisst. T3 ist das nächste Buch. Sieht aus wie so ein Ordnungschaos, Ordnungsschattenbuch. Kann ich jetzt natürlich nichts Genaues zu sagen. Aber eben, wie gesagt, drei insgesamt. Zwei davon haben wir dann schon mal vom Namen her zumindest gesehen. Und das dritte wird wahrscheinlich T4 oder 5 sein. T1 auf jeden Fall, nicht nur 1 zum Glück. T2 sehen wir jetzt hier auch nicht. Wobei ich nicht weiß, Chaos auf dem Tentakel, es muss ja Chaos sein hier. Kann auch Chaos Schatten sein, Chaos Ordnung, ich weiß es nicht. Aber mehr sehen wir jetzt momentan nicht. Hier unten sehe ich auch kein neues Symbol. Ich denke aber, es wird ein T4 oder 5 sein, wie immer, mit wahrscheinlich einer krassen Transformation. Das ist ja üblich, haben sie aber noch nicht mehr zu gesagt. Dann haben wir nur noch den Layer und dann gehen wir mal auf 43. Dann kommt es endlich dazu, dass wir zu der neuen Karte kommen. Also wieder Untergrund. Haben wir dann hier so einen Tentakel-Bereich hier hinten. Und da könnt ihr einfach draufklicken. Ähnlich wie bei Untergrund kommt ihr dann auf eine neue Karte. Und diese neue Karte sieht dann folgendermaßen aus, wenn ich sie jetzt gerade finde. Mein Gott. So, da. Da haben wir sie. Dann habt ihr ein klassisch schnelles und dieses leere Tentakel. Lila, Eldritch. Ja, also HP Lovecraft kennt ihr ja mittlerweile, glaube ich. Also die meisten von euch kennen sowas zumindest. Und wichtig ist, ihr leidet die ganze Zeit Schaden, solange ihr nicht irgendwie einen Schutz davor habt. Minus 6 HP pro Runde und weniger Sichtweite. Und das wird so konstant sein, bis ihr eben sowas wie am Refresh oder irgendeine Transformation habt. Irgendeinen Buff habt. Sodass ihr diesen Bonus oder diesen Malos, nicht Bonus, nicht mehr habt. Wichtig ist dabei, erstmal hier haben wir neue Monster. Natürlich neutrale Einheiten. Super Design wieder. Will Thief ist das diesmal. Und ihr seht, der hat zum Beispiel Umbral Melody Immunity, weil er eben auch die neue Klasse ist. Gucken wir mal, ob ich das jetzt gerade finde. Die Fähigkeit müssen wir uns jetzt nicht alle angucken. Das wäre vielleicht für später. Hier haben wir auch Umbral Demon. Wir haben ja schon Dämonen. Und jetzt gibt es noch Umbral Demon. Die haben mehr Verteidigung. Sind aber gegen magische Angriffe nicht stärker. Gegen Cursed Eater immer. Das ist diese Fähigkeit. Die er wahrscheinlich irgendwie heilt. Muss ich jetzt nicht genau darauf eingehen. Können wir uns dann mal anschauen. Feuerresistenz schlechter und Spiritresistenz schlechter. Und sind halt immun gegen diesen Schaden in dem Untergrund. Das wäre auch neu. Davon gibt es natürlich auch ganz viele neue Einheiten. Die zeigen jetzt zum Beispiel nachher diesen Juggernaut. Der sieht auch ganz cool aus. Wie immer, die Animationen sind halt sehr cool. Bei denen finde ich immer das Artwork ist auch sehr gut. Fand ich bei Planetfall schon extrem stark. Und hier wird das natürlich weiter fortgeführt. Und ja, wir sehen, was wichtig ist noch. Gucken wir mal, ob ich das jetzt finde. Das war 43 weiter hier irgendwo. Also erstmal Monolith. Ach, jetzt habe ich es schon wieder weggeklickt. Gehen wir hier auf dieses Ding. Wir haben ja verschiedene neue Sites. Also begehbare Sachen. Erkundungsaspekte. Was ich ja immer kritisiert habe. Zu wenig Erkundung. Scheint hier auf jeden Fall ein bisschen angegangen zu sein. Wir haben neue Erkundungen. Wichtig ist, ihr könnt hier aber keine Städte bauen. Die haben gesagt, man kann hier was bauen. Haben sie aber noch nicht so genau was zu gesagt. Aber es werden keine Städte sein. Aber es wird was sein, was wahrscheinlich auch großflächiger was annexieren kann. Weil ihr seht hier halt schon mal 5 Mana dazu. Da hinten waren es 30 Wissen. Hier sind es 30 Gold. Mal gucken, ob wir das einfach mal durchgehen. Hier seht ihr nochmal, wie das aussehen würde. Dass da natürlich auch wieder Investitionen sind. Das ist ja logisch. Das ergibt ja Sinn. Und dann seht ihr halt, wie gesagt, diesen Brunnen. Wir haben auch einen Watchtower hier, dass wir auch mehr Sichtwerte haben. Wir haben auch magische Materialien hier unten. Wo keine neuen magischen Materialien. Finde ich sehr schade. Hätte man ruhig nochmal eine neue Kategorie aufsetzen können von magischen Materialien. Aber ich glaube, ich habe da gesehen, dass da auch was geändert wurde. Weiß man aber jetzt nicht hundertprozentig. Und ja, dann noch 30 Gold hier. Wie gesagt, hinten waren es dann 30 Wissen. Keine neuen Ressourcen leider, die man jetzt irgendwie für krasse Einheiten benutzen kann. Das wäre auch noch geil gewesen, wenn man halt wirklich sagen, könnt ihr sammelt jetzt nochmal Umrell irgendwas. Also Schattenressource. Diese Schattenressource ermöglicht euch jetzt nochmal, krasse neue Einheiten zu bauen. Und ja, ihr seht hier oben nochmal Einheiten. Hier sind auch nochmal verschiedene Einheiten, die gezeigt werden. Das wäre wohl aber erstmal alles, was die zeigen. Mehr wird halt nicht. Die zeigen jetzt nochmal einen Kampf dazu. Aber wichtig ist halt, ihr habt jetzt verschiedene Sachen, die ihr nochmal erkunden könnt. Und die ihr halt anschließen könnt. Es ist leider nicht so, dass jetzt irgendwie krasse Dungeons dazugekommen sind, so wie es aussieht. Das scheint es nicht so zu geben. Und irgendwas muss ja dann noch kommen, was sie noch zeigen werden. Wie man halt hier eine Stadt oder ein stadtähnliches Konstrukt aufbauen kann. Hoffentlich, bitte, lasst es etwas sein, wo man nochmal neue Gebäude bauen kann. Vielleicht nochmal andere Einheiten bauen kann, wo es mehr spezialisiert ist. Auch ohne neue Ressource. Das wäre sehr cool. Und wie gesagt, eine meagische Ressource könnt ihr auch hier kriegen. Hat natürlich dann durchaus seinen Vorteil, dass man nochmal neue Ressourcen sich besorgen kann. Neue Karte erkunden kann. Gerade Erkundung, wie gesagt, ist ja manchmal etwas schwach. Zum Untergrund haben sie leider nichts gesagt. Da wird wohl nichts verändert worden sein. Finde ich ein bisschen schade. Aber ja, der ist ja leider noch immer ziemlich kackiges. Ich hoffe, dass der dieses Umbral-Region, also diese Schatten-Region dann deutlich besser ist. Und als letztes, ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar den Signature-Skill von unserem Helden. Das haben wir hier. Da gibt es halt drei verschiedene Klassen. Diese drei Klassen sind halt Madcaster, Mindbreaker und Flashweaver. Und jeder hat halt verschiedene Sachen. Madcaster hat zum Beispiel diese krasse Fähigkeit. Dass ihr tatsächlich die 30% eurer ganzen Zauber günstiger machen könnt. Damage, Debuff und Enemy-Army-Spells. Wo nicht Buff-Spells, also nicht wenn ich jetzt heile oder sowas. Aber eben Schadenszauber oder auf der Weltkarte Schadenszauber. Oder eben Debuff, also irgendwelche Statuseffekte ergebende Zauber. Die sind deutlich billiger und kosten auch weniger. Zumindest hier steht nur Mana. Hier oben steht beides. Weiß ich jetzt nicht. Aber es geht mal davon aus, wäre es beides billiger. Und damit kann man halt besser dann loszaubern. Dann hat der Madcaster noch so eine zufällige Fähigkeit. Wodurch er einfach hier zum Beispiel welche in Tiere verwandeln kann. Mehr Schaden machen kann. Insanity verursachen kann und so weiter. Könnt ihr euch alles durchlesen. Beim Mindbreaker ist es so, dass ihr Leute in Madness, also in Wahnsinn verfallen lasst. Oder eher noch tiefer als Wahnsinn. Weil Insanity gab es ja schon. Insanity hält ja nur so ein paar Runden. Und Madness halt wofür immer. Das müsste man also dispellen. Und der läuft dann halt konstant durch die Gegend, haut einfach alles an, was er findet. Und kriegt auch noch 5 Schaden pro Runde. Und so gestaltet sich halt die verschiedenen Klassen. Flashweaver ist dann so, dass ihr eure eigenen Einheiten buffen könnt. Mit Empower hier. Das hier kostet auch keine Aktion. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einmal irgendwie so einen Chaos-Zauber. Dann haben wir einmal so einen Kontrollfreak für die Gegner. Und hier einmal so einen Buffer-Kontrollfreak für die eigenen Einheiten. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Genauer werden wir uns das einfach mal anschauen. Und das, wie gesagt, baut aufeinander auf. Wenn ihr es Madcaster nehmt, wird auch Madcaster hier weiter upgradet werden. So wie ich das verstanden habe. Das heißt, ihr habt dann immer nur diese Linie. Das ist also wie das Klassensystem von diesem einen Mod. Der ja ziemlich cool ist, wo man Paladin und sonst was bauen kann. Sodass es hier halt jedes Mal etwas stärker wird. Ja, sonst haben sie anscheinend von den Helden nichts überarbeitet. Also da gibt es nicht irgendwie ein krasses Klassensystem. Neue Fähigkeiten oder sowas. Soweit ich das verstanden habe, bleibt da alles beim Alten. Und ich glaube, das war es eigentlich. Wir können ja nochmal einmal den Blick hier reinwerfen. Auf dieses Schlachtfeld. Aber das war eigentlich alles, was sie haben. Ihr seht, das ist dann das neue Schlachtfeld. Das ist ja üblich. Kenmore mittlerweile sieht ganz gut aus. Wichtig wäre halt, wie spielt sich jetzt genau dieser Untergrund? Was kann ich da machen? In dieser Map-Layer wirkt ja das Spannende dabei sein. Plus halt der Held. Der Held sieht sehr cool aus. Ich hätte mir trotzdem natürlich eine Kultur gewünscht. Ich glaube, das hätte sich wohl jeder. Und ich hätte mir mehr Traits auch gewünscht. Aber hätte sich wohl jeder, ist ja klar. Man kann ja immer sich mehr wünschen. Aber dieser Lea ist halt vielversprechend. Wir müssen dann nur mal absehen, wie genau er sich ergibt. Könnt ihr mal eure Meinung schreiben. Lasst ein Like da, ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich habe auch Kanalmitgliedschaften jetzt angemacht. Da erwarte ich natürlich nichts. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne auch mal reinschauen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich das spielt. Wie gesagt, am 18.06. kommt es raus. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.